Willkommen zu einem nächsten Part. Letzter Portal. Mit mir ist Sandy4338. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rad zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meiden Sie ihn. Dieser Boden glänzt irgendwie. Also nicht der dort, aber der. Also der glänzt irgendwie auch, aber. Wie kommen wir denn jetzt raus? Wäre mal ganz interessant zu wissen irgendwie. Achso, ja klar. Wo war denn gerade mein Hirn? Wir haben ja noch nicht die Doppelportal-Kanone. Die bekommen wir ja erst. Ach, der schießt auch immer wieder. Verschiedene Portale. Oder wieso kommen wir diese Kugel daraus? Nur mal so als Frage. Na egal, das schaffen wir schon irgendwie. Schaffen das, schaffen das. Kommt mal wieder in ein Portal. Ja. Okay, da kommt immer die Kugel. Da ist der Eingang. Beziehungsweise Ausgang. Und da ist ein riesiges Fenster, wo wir alles nochmal von unten sehen können. Aber es bringt sich das stets durchs Fenster zu schauen, wenn man nicht weiterkommt. Also. Uh. Uh, das war jetzt... Oh, das war jetzt nicht gut. Die haben wir da gerade in der eckigen Klammer tot geschrieben? Ich meine, ich bemerke doch schließlich selbst, ob ich tot bin oder nicht. Also ich hoffe, ich bemerke es. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Achso, hier. Ja, okay. So. Schnellstens weggehen. Hä? Achso, das Portal bleibt nicht hier, aber... Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Und jetzt bewegt sich das hier. Uh, vorsichtig. Oh. Stirbt man eigentlich, wenn man von dem Geld getroffen wird, oder stirbt man nicht? Das würde mich irgendwie mal interessieren. Ja! Bitte, wo wohnen wir? Das würde ich gerne mal wissen. Also auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Errungenschaft, und zwar Laborraten. Subjekt, Wohnort hier. Achso, hier wohnen wir. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Bis wir gleich hier geboren worden sind? Hm, komisch. Nee. Nee, das kann nicht sein. Ich mein... Boah, wer sind unsere Eltern? Das ist alles so. Und im zweiten Teil, da wird diese Frage nicht beantwortet. Nein, die wird noch herausgezogen. Bis zum... Es geht nicht mehr. Okay, das war Let's Play Portal. Mit mir, Sandy4338. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.